so leute da sind da bin ich wieder habt ihr mich vermisst wie man sieht die sonne geht gerade auf und wenn ich gewartet habe dass die sonne aufgeht habe ich hier ein bisschen rumgeschaut und habe gemerkt hier ist eine schöne klippenwand wo ich irgendwie gerade nicht hochkomme und da drüben ist eine kuh müssen wir gleich mal tot machen und schade irgendwie habe ich heute kein glück mit kohle finden das hat mich ausgelacht sowas ist böse sowas soll man nicht machen und die kuh nutt mich auch aus oha sowas macht man nicht brauchst aber doch nicht gleich puff machen das gute ist im peaceful mode regenerieren sich alle herzen gleich wieder natürlich kann man aber genauso sterben wie im als wenn man monster anhat aber halt nicht so schnell weil sich die herzen ja regenerieren aber irgendwie ein harter flug oder so und du bist weg mhm kohle wo gibst dich wollen wir hier so schauen klappen schauen macht spaß ich habe mich ungern irgendwo rein ich habe mich nur rein wenn ich wirklich schon kohle habe kohle gefunden habe dann noch eine beleuchtung habe und nicht sowas wie mein provisorisch so wie meine provisorische lampe und wir haben erfolg ich habe kohle gefunden das schlechte für mich meine schaufel ist gleich die ist gleich tut das sind nix sehr gut denn was habe ich denn da im inventraum mal nachschauen ganz viel kohle ganz 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 viel kohle oha so zuerst verbrauchen wir jetzt noch das holzwerkzeug man wie viel kohle ist das jetzt schon acht stück zurück mir scheint ist die hacke gleich weg eigentlich außer gelegen kommt ich würde gerne auf holzwerkzeug umsteigen ähm auf steinwerkzeug umsteigen denn das geht um einige schneller oh god wie viel gibt es hier ein paar von meinen minecraft freunden wollen mich jetzt dafür töten dass ich so viel kohle gefunden habe und hier schon wieder das ist nicht nett einfach hier mal so runter zu fallen also echt hier noch was ach da so und wir haben ich mache mir jetzt mal ein 1 1 turn und damit kann man finde ich besser abbauen und besser irgendwo rankommen gut das ist ebenso gut das ist ebenso oh holy shit drama drama ich finde zu viel kohle eben beschwere ich mich noch ich finde gar keine kohle und jetzt finde ich hier unendlich viel kohle und meine schaffe ist gleich weg was mir total nicht passt gerade und jetzt heißt es finde das haus ich glaube das war irgendwie in die richtung und das nehmen wir noch die kohle mit ich kann gar nicht ach so ein ende äh war doch ein hul mann fail das war jetzt mal so ein fail dafür könnte ich echt keine ahnung was okay wo haben wir denn unser schickes häuschen gestellt ah da ist es ähm ja jetzt heißt es nur noch wieder runter kommen hm da hinten baue ich mir wahrscheinlich auch noch was ich liebe schnee hier ist sowas prachtvolles schönes einfach wunderbar es ist es macht einfach spaß im schneeterrair zu spielen keine ahnung warum ich bin einfach schneeverrückt irgendwie ich weiß nicht warum interessiert mich auch nicht wirklich ich mag es einfach aber wo meine stylischen lampen gleich einen ganzen stack voll gemacht und das ist wolle und ich dachte das ist irgendein anderer kram oh mann so wer ist wenn ich mir meine schaufel kräfte yeah denn steilwerkzeug bockt und außerdem wird nicht wegwerfen würde ich gerne mein haus ausbauen also ja wenn ich nicht genug schneebälle habe dann wette ich euch die auch mal demonstrieren an einem tier oder so so mal ein paar schneebälle sammeln vielleicht nach irgendeinem tier ausschau halten höh das ding kann fliegen auch nicht schlecht das ding kann tatsächlich fliegen und zu früh losgelassen shit ich mache es natürlich dann kaputt wenn ich es am dringendsten brauche ja fail mega fail ok wo waren die jetzt da ok jetzt craften wir uns erstmal eine truhe genannt chest zwei oder eine ach nehm ich lieber zwei ist mehr platz ach da sind die lampen die packe ich dann mal hier so hin eine die andere packe ich dann mal hier so hin ja und wo jetzt sind damit äh ja so ich brauche eine axt ne schaubel und wow wir haben sogar noch genug dafür so und bevor wir jetzt hier sowas machen packen wir hier erstmal die beiden chests denn das gibt uns extra viel platz und wir können das fleisch ablagern ich habe mich eben voll erschrocken ich habe mich eben voll erschrocken ich habe mich eben voll erschrocken aber das ist voll drama ey ich habe keine ahnung wie ich jetzt weiterbauen so so und das war's mit steinwerkzeug natürlich könnte ich mir jetzt auch ganz leicht eisenwerkzeug besorgen aber ich sag jetzt nicht wie und dafür würde es mega fail geben denn dafür würden manche ehrlichen player jetzt passen glaube ich denn cheater sind nicht wirklich so angesagt ne zum glück bin ich so einer ja nicht der euch einen vorschietet so ne würde ich niemals machen also was ihr hier seht ist alles hab vergessen dass ich ja wieder mal ja warum bin ich so schlau und vergesse die schaufel rein zu packen hätte ich mir viel arbeit ersparen können so bitte erweitern sagen wir ich baue es hier ja ja hm 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 ich glaube die dehne die wirklich noch weiter aus die ecke hier so hm 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 Seht, ich baue mein Haus um das dreifache größer, glaube ich. Aber wie es gerne mal heißt, glauben heißt nicht wissen. Deswegen sage ich jetzt mal keine falschen Angaben. Ich bin mir nicht sicher, wie groß ich es jetzt baue. Ich weiß nur, es wird gigantisch gerade. Hoffe ich habe genug Holz. Ich mache natürlich mal wieder meinen Ultra-Fail. Und baue mal wieder falsch. Das Holz bleibt jetzt draußen. Ich habe alles Pech gehabt. Wenn es mich nicht mag, ihr Pech, ähm, sein Pech. Okay. Warum versuche ich da hochzurufen? Oh, bin ich froh, dass ich mich wirklich entschieden habe, mein Let's Play im Peaceful anzufangen. Denn, wenn ich jetzt Monster an hätte, Creeper würde von da unten, ähm, von da oben hier runterkommen und würde bumm machen. Sprich, er würde mir alles wieder verholen. Deswegen sollte man auch eigentlich nicht in der Nacht bauen. Aber, naja, bei mir waren ja sogar schon Maskelette und haben bei mir eine Tür geknackt, von da her. Ah, das sieht doch mal Hammer aus. Orangenes Holz. Weißer oder eben Holz? Na gut, okay. Den Witz verstehen jetzt wahrscheinlich nicht alle, aber egal. Ähm, da weg. Da auch so weg. So, und das Dach wird jetzt anfangen zu bauen hier. Ah, shit. Fail, fail, fail. Was ist bloß heute los mit mir? Verbrauchen wir erstmal das. Was ich komisch finde, man kann nur 16 Schneebälle machen. Sprich, man kriegt nur ein 16er Stack voll. Also, ich sag jetzt mal Stack da einfach dazu. Ich weiß, ich weiß, es ist eigentlich falsch, obwohl es eigentlich nur ein 64er Stack gibt. Weiß ich, dass es eigentlich falsch ist, jetzt dazu Stack zu sagen. Ich mach's jetzt aber einfach mal. Weil, für mich ist das eigentlich sehr komisch, dass man nur 16 Schneebälle haben kann. Und deswegen, deswegen zähle ich das jetzt einfach mal als Stack so, als volle Anzahl. Damit mich ja gar niemand falsch versteht. Ich sag nicht zu allem Stack. So, das muss ich hier so schön verkleiden. Ah, das sieht doch mal schick aus. Sieht doch mal voll Hammer aus. So, jetzt heißt es Bantaggeisen. Bantaggeisen.